Was? Ach, hast du gesagt, du wolltest? Ja, dann mach du. Dann mach du. Ja, ich... Dann... 3, 2, 1... Moin Moin und willkommen in einem dunklen Wald. Wir spielen wieder Damned. Und die Mitverdammten bei mir sind gerade die Navoka. Hallo. Der Reaper. Und der Freak. Und irgendwo in diesem dunklen Wald lauert der Snail als Monster. Oh ja. Ich hole auch nichts. Und wir müssen jetzt irgendwie hier... Was müssen wir hier eigentlich tun? Schlüssel und Batterien finden. Oh, ich leuchte schon rot. Ich würde mal sagen... Ein Haus. Okay, ich habe euch jetzt schon alle verloren. Hallo, mein Mitmonster. Der Baum sieht sehr gruselig aus. Wie sieht denn so ein Monster aus überhaupt? Ja, wie ein Monster. Die sieht aus wie Mary. Oh, wer ist denn da vorne? Oh, da ist halt so eine kleine Gruppe hier. Oh, ich sehe sie. Neben dir, Reaper. Neben dir, neben dir. Hallo. Dann kannst du nichts machen. Erst wenn sie laufen kann, dann kannst du was machen. Dann kannst du nicht... Dann fänd sie mal und lauf! Ich folge nach Vorka. Wer ist das hier? Oh, Ingeid ist tot. Er ist da schon weg. Ingeid ist tot. Er ist da schon weg. Es sind es nur noch drei. Na, wo kann ich vorgehen? Kannst du gerne, wie du möchtest. Ne, ist ganz gut, weil das Monster ist hinter uns. Dann würde ich sagen, bist du zuerst tot. Ich zuerst, dann die Frauen und Kinder. So macht man das also, okay. Okay, der Freak ist als nächstes dran. Ja gut, normal bin ich ja erster, ne? Neues Spiel durchs Glück, würde ich sagen. Es hätte jetzt bei dem Charaktermodell auch wieder gepasst. Oh ja. Achso, ja. Für die ganzen Klischees der Filme und sowas. Für die Zuschauer aus meiner Sicht, ich bin der Schwarze in der Gruppe. Achso. Es ist der frotenschwarze, der muss sterben. Wie geht das auf dir in der Rucker? Linke Maustaste. Achso. Du brauchst den Schlüssel. Oh, der ist da. Wer sind denn die zwei hier? Ja, da ist er. Neben mir. Ich mach dich doch. Leuchte die Masse nicht an. Wieso, hab ich gemacht, da war nichts. Ich höre immer noch wein. Ich höre immer noch wein. Wo ist er? Ja, wo ist das hier? Kann ich mir sprechen. Beepa, lebst du noch? Oh mein Gott, da ist was. Inja, der Pastor ist tot. Hau rein, Digger. Ich hab die Beepa geklaut. Och man, jetzt wird das weg. Ach, man kann eben auch was klauen, dem Pastor. Ja, waren aber keine Eizungs drin. Guckt auch in die Mülleimer, da könnte auch was drin sein. Ich hab gerade andere Probleme. Da ist so eine kaputte Frau hinter mir her. Das ist ein Kind. Meinten, na Vorka. Ey. Aha. Was darf ich mir doch. Herr Vorka, sind wir schon wieder hier? Willst du mir den Fried nicht als erstes gehen? Ich weiß nicht, wie hier was aussieht. Ich mach einfach meine Lampe aus. Wird Quoten schwarzen Herr Vorka mir vorwerfen. Ich hab ja, ich hab ja einen Vorteil. Ich kann mich ja hier besser tarnen. Ohne Bärenfalle. Herr Vorka, das ist das Mary, die sich relativ deutlich sieht. Auch wenn sie, wenn ihr kein Licht anhatst. Oh ja, ich seh dich. Wer ist denn da vorne? Komm, wo ist der? Hier, komm. Äh, äh, äh. Das war mir, das war mir... Du siehst du einen oder siehst du zwei? Ja, aber hier... Äh, einen, so wie das aussieht. Ich sehe auf jeden Fall einen. Ah, garot. Nein, 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 nein. Du hattest Glück. Ich bin wegteleportiert worden. Oder auch nicht. Du hast schon einen Kreis. Oder auch nicht. Äh, nee, ich hab leider gar keine Ahnung. Was ist das denn hier? Oh, das sieht geil aus. Der geil sieht sich aus. Ne? Würde ich auch sagen, oder? Lauf doch nicht so weit weg. Nee, nee, hab ich auch schon gefummelt. Komm ruhig wieder hierher. Komm hier wiederher. Dennis, go. Jawoll, Rebound. Schlüssel. Schlüssel, toll. Ich hätte den passenden Ruhm dazu gerade. Ja, toll. Gibt's doch das Problem. Ich weiß nicht, wo du bist. Verrat doch einfach mal deine Position. Äh. Der Frau, das ist zum Verraten. Ich weiß, wo er ist. Nabokka, wo bist du? Ich bin zum Passagzeug gegangen. Hier, mein erstes Opfer. Okay, wir haben uns alle getrennt. Das ist gut. Ja, wie man das im Horrorfilm halt so macht. Ja, ja. Wir müssen uns trennen. Es ist immer gut. Das ist eine Taschenlampe gewesen. Okay. Es ist hier Angstschweiß in der Nähe. Da. Und wir haben uns wiedergefunden. Das ist doch mal. Geh du vor. Ja, geh du schon vor. Äh, Ingrid, was siehst du eigentlich gerade? Hey, da war eine Taschenlampe. Ich schaue gerade nach Voka durch die Augen. Ach, das geht, ja? Okay, cool. Ja. Aber nur meinem Team quasi. Nicht der Monster. Ich kann euch jetzt nicht vorhanden. Was haben wir denn gewonnen? Was müssen wir denn eigentlich suchen? Also, wir haben klar Schlüssel, um irgendwo reinzukommen. Ja, wir müssen dieses Gebiet verlassen. Wir müssen alle Räume durchsuchen, ganz archivisch durchsuchen, alle Schlüssel einsammeln und dann dieses Gelände verlassen. Dann haben wir gewonnen. Ich könnte jetzt langsam mal ein paar Batterien finden. Meine Taschenlampe ist gleich leer. Oh, hey! Wenn ich dich kriege, brauchst du keine Taschenlampe. Wenn ich dich hab, brauchst du keine. Wir haben gerade mal die Gruppen getauscht. Da, weiter. Ich habe gerade etwas gesehen. Ja, da. Bist du sicher, dass du die gesehen hast und nicht mich? Ja, Reaper steht vor mir. Wir sehen uns, aber wechseln wir uns. Aber naja. Ich habe einen Schlüssel gefunden, aber hierfür ist er nicht. Da hinten kommt auch noch eine Bude, wo du jetzt hingehst. Da waren wir gerade. Ja, oder komme ich gerade da lang? Oder komme ich gerade lang? Ja, lauf ruhig quer, bet ein. Ich glaube, es wird hier neblig, oder? Bilde ich mir das ein? Nein, das bildest du dir ein. Was war denn hier? Ich geh mal nach da. Ich habe Lampen gefunden. Ich drehe den Spieß einfach um. Wer hat Angst vor einem schwarzen Mann? Hallo. Oh, es habe ich nicht recht gut mit auszusehen. Nein, 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 nein. Gut, dass ich Reaper hinterher bin und nicht in der Woca. Lauft weg! Ja, in der Woca kann ich. Achtung! Oh! Ja, ich darf uns wechseln, bitte. Ich kann nicht mehr laufen. Oh, das wird spannend. Oh mein Gott. Müsste jetzt aber weggeportet sein. Wette da nicht drauf. Toll, ich wollte aber in die Richtung. Dann gehen wir erstmal hier hin. Ja, kommt ruhig weg! Ja! Ja, kommt hier! Ja, normal! Gerade in welche Richtung man rennt, irgendwo sieht man Silber. Ich drehe deinen Angst, schweizt! Wir haben unseren Freak irgendwie verloren. Ja, ich hänge ein bisschen rum. Ich habe ja gerade gefragt, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ich drehe den Spieß jetzt einfach um und jag das Monster. Das kannst du nicht nur leider nicht. Oh, da hinten ist wer. Ja, wer ist das denn? Das ist eine Lampe. Ich sehe eine Lampe. Ich habe auch eine Lampe gesehen, Reaper. Dann war ich das wahrscheinlich. Ja, ja, das ist so heiß. Das ist so heiß. Hier ist eine Kette. Wir brauchen, glaube ich, so was wie ein Kettenschneidergedöns. Wolzenschneider. Wolzenschneider? Ja, sowas, genau. Ja, als Schwarz habe ich jahrelang in der Werkstatt gearbeitet. Ich kenne mich aus. Ich kenne mich jetzt auch. Du kennst dich aus. Was? Oh, ey, Crane, Alter. Wieso spielt das creepy hier? Hallo? Ja, Fancy. Nein, 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 nein. Er war doch bei mir gerade. Oh, ja. Nein, Panik. Ja. Du kriegst mich nicht mehr. Es war nicht der richtige Sport, die Freak, aber egal. Er hat auch lecker geschenkt. Ich muss dazu mal ganz kurz nebenbei erzählen. Ich habe mal damals als Slenderman rauskommen, meinte mein Kumpel, oh, voll heftig, bla, ne? Zockt das mal. Habe ich mich da hingesetzt, habe gezockt. Wie viele Seiten muss man finden? Acht, glaube ich, ne? Beim ersten Slenderman? Ja. Ich habe sieben Seiten gefunden und habe den Slenderman nicht einmal gesehen. Das sieht ganz gut. Bei diesem Spiel ist allerdings eher die Jumpscares, die hinterher kommen. Desto länger das Spiel läuft, desto schlimmer wird's. Oh, ja. Das will ja nicht mehr. Das Problem bei diesem Spiel ist... Weil kommst du in meine Arbeit. Oh, Glückwunsch. Lädt sich die Taschenlampe auch wieder von alleine auf, weil ich sehe nichts mehr. Äh, nö. Batterie ist tot, ja. Höre aus, ich slendere. Da musst du leider sterben. Ach, das ist ja alles mit der linken aus, das hier. Im Schlafanzug vorbeigekommt. Das ist der Ausgang. Am Ausgang seid ihr. Okay. Aufklettert man nicht einfach über den Zaun? Ja, wollte ich auch eigentlich. Ihr habt einen Dicken dabei. Es ist zu dunkel. Ah, ich sehe was. Oh, Frick, ich habe eine Batterie hier für dich. Geil. Ich sehe nichts mehr. Ja, komm hierhin. Da hast du eine Batterie. Meine Sicht wird immer auch weniger. Passe ich nicht. Ja, ich bin natürlich zu fett, um zwischen Stein und Baum. Kann man das Spiel heller stellen? Ja, ich hatte das eigentlich beim letzten Mal ein bisschen heller gemacht gehabt in den Gamma-Optionen, aber irgendwie... Gamma-Optionen? Habe ich Gamma-Optionen? Du Gamma? Oder hast du einfach? Ich bin schon auf Maximum. Damit die Zuschauer auch was sehen? Ja, man sieht einfach trotzdem... Ja, jetzt... Doch, doch. Jetzt sieht man ein bisschen mehr. Jetzt sieht man ein bisschen mehr. Ding, dong, dong. Die Meri kommt vorbei. Sie jagt euch. Ich weiß nicht mehr wohin, weil es jetzt endgültig dunkel ist. Also, wenn jetzt Snape vor mir steht, scheiße ich mir einen, glaube ich. Ich sehe nur ganz schimmerhaft ein paar Bäume und so. Uuuuh, Bäume, da bist du also. Ich kann man nicht rollen. Jetzt bin ich wahrscheinlich zu blind, um irgendwie was zu sehen wie Gamma-Optionen. Geil, unter den ganzen Einstellungen, wo du anklicken kannst. Ich bin klassisch, sondern Gamma-Adjustment. Ja, wer ist da vor denn? Bestimmt ich, oh mein Gott. Nein, das ist mein Freund, der Baum. Hallo, mein Freund, der Baum, der in Roten, glaube ich, es wird. Oh, da bist du. Hast du zwei verschiedene Leute gesehen, ja? Oh mein Gott, ich sehe immerhin, dass hier jetzt ein Haus vor mir ist, direkt. Aber gut. Die sind da lang, da lang, die hast du. Okay. Oh, hab ich mich gerade erschreckt, ey. Snape ist so bescheuert, mein Monster, ey. Also, ich würde... Ja, ey. Ich habe eine Tür aufgemacht. Äh, das Problem ist, ich sehe jetzt den roten Baum. Öffne diese Tür? Von dem Snape gerade gesprochen hat. Nee, ist doch nicht mehr weggeportet worden. Hä? Jetzt sehe ich gar nichts mehr auf einmal. Bin ich tot? Nein. Bist du leider nicht. Du hast leider Glück. Hey, jetzt sehe ich wieder was. Ach nee, irgendwie hat mein Monitor manchmal jetzt so einen kleinen Ausfall. Hier sind ganz, ganz viele Batterien. Du musst unbedingt in das Haus kommen. Ich habe aber keine Ahnung, wo es ist. Äh, geh raus aus dem Haus. Snape weiß nicht, dass du in dem Haus bist. Ich sammle lieber die Batterien ein. Ja, aber Freak braucht auch Batterien. Ja, mach, äh, nimm dir was mit und dann... Warte davon. Was? Nee, 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 Entschlüssel. Nein! Oh mein Gott, was ist das? Ja, was ist das? Das geil ist, dass die Straßenleuchten jetzt auch alle aus sind. Oh Gott. Schön. Wie gesagt, gleich geht's richtig los. Das dauert nicht mehr lange. Oh ja. Da seid ihr tot. Da seid ihr tot. Der, der, der Creepy-Modus müsste jetzt langsam bei euch angehen. Ja, wir hatten gerade versucht, eine Tür zu öffnen. Ja, will du öffnen? Da seid ihr verwirrt. Dann, 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 dann. Ich glaube, ja. Waaah! Snape! Was? Nein! Was willst du hier drüben? Wir sehen das, schau da! Hau rein, Snape! Da liegt er da ganz links, siehst du das? Ja, der Bolzenschneider. Ja! Boah, na, boah, boah, rockt das Ding hier alleine. Wow, oh, Monitor, hallo. Nee, nee, ich habe immer Blackouts, weil ich sehe nämlich noch den weißen Punkt auf dem Monitor. Jetzt überlegen wir, ob wir ne Blackouts hast. Also, was ist das? Gleich kommen die Hände. Wie, was reicht, ne? Nö. Ich hasse diesen Tinnitus-Sound. Ja, ja. Tinnitus! Ich glaube, wenn das jetzt spannend wird, mache ich mal ganz kurz ein bisschen lauter im Spiel, damit ich auch richtig schön schreie gleich. Oh, du hörst, schreie wie ein Mädchen. Wie ein kleines Mädchen. Okay, jetzt, ja, jetzt ist es atmosphärischer. Ja, also die Hütte hat sich... Okay, jetzt höre ich Schritte, das kann ich nie ab. Vorher war das cool. Ohne Sound sind die Spiele immer easy going. Yeah, ja, ein Erfolg. Macht, äh, Slay-Aufschritte? Ja. Ja. Aber du hörst ihn heulen. Also, Mary heult. Das ist immer so ein ganzes... So ein Wimmern. Alter, sowas möchte man nicht hören. Alter, hier ist Batterien-Schlaraffenland. Du musst unbedingt Häuser finden. Oh ja, da musst du ein Genug in den Haus. In den Haus. Wo musst du rein? In das Haus. Oh, Blackout. Blackout. Na, wir laufen da drinnen. Mach doch mal die Tür auf. Finitus. Ja, komm, mach die Tür auf. Komm, mach die Tür auf. Und Snape portet sich immer hin und her, ja? Er kann sich porten und kann halt erst töten, wenn seine Energie komplett aufgeladen ist. Als Mary hast du halt am Anfang schwarz-weiß und sobald alles bunt ist, kannst du den Fancy-Mode aktivieren. Und dann kannst du schnell rennen und dann schreit die und dann kannst du töten. Okay, also... Erinnert, du hast noch einen Bolzenschneider, ne? Ja. Ich habe die passende Kette dazu gesehen. Ja, ich weiß auch so grob, wo die ist. Ding, ding, ding. What? Was für komische Geräusche. Ja, was denn für komische Geräusche denn? Fuck, 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 fuck! Nein, 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 nein! 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 Und der Schwarze ist manchmal wieder der Letzte. Äh. Äh. Hau ab, Snape! Ach man, du hast Glück, dass ich keinen Fancy-Mode mehr hatte. Oh. Hatte, da war ich glücklich. Das Problem ist, ich habe nichts. Ja, du musst jetzt Nachwuchs Leiche finden. Ja, hat er sich gerade zu mir geportet, oder? Ach, das dürft ihr mir nicht verraten, ne? Doch, klar. Das sind jetzt die Geistern. Nein! Blackout. Seht ihr das auch, dass ich nichts mehr sehe? Nein. Das ist nur bei dir so. Das ist gerade das Bescheuerte an der ganzen Sache, weil du wirst dich dann erschrecken und durch dein Erschrecken, erschrecken wir uns. Also, uns ist alles ganz normal. Erschreck dich. Wir sehen auch nicht, wenn du Hallos kriegst. Ja. Ja, die sehen wir erst recht nicht. Alles, die du immer kriegst. So, jetzt ist halt die... Oh, die Batterie, die Batterie! Oh, er hat die Batterie. Sieht gut aus. Er hat eine Batterie. Oh, oh, alter. Oh, oh. Oh, oh. Ja, hörst du was? Es ist alles grau und irgendwas macht... Ich weiß auch nicht. Weil ich eine Taschenlampe... Ja, sieh ihn. Hey, meine Taschenlampe blinkt, obwohl ich gar nichts mache. Die zeigt mir dann Bruckers Leiche. Ja, ich hab alles. Und schon gewinnt der Schwarze die Überhand. Äh, ich kann meine Taschenlampe nicht ausmachen. Nein, der Schwarze wird qualvoll sterben. Er wird Höllenqualen erleben. Dann wird er tot sein. Geh da noch rein, ne? Alter! Da sind noch Taschenlampe drin. Das sind die Ballhände! Die Hände, die Hohle, dich! Was auch immer du für Halluzinationen hast und was immer du nimmst, nimm weniger. Oder mehr. Mary, der Schwarze wird dich finden. Und dann zeigt er dir mal seinen Knüppel. Oh Gott. Mary wird mir ihr Endnis erzeugen. Ja, blick, 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 weiter. Ja, jetzt guckst du da hin. Äh, ja. Jetzt ist es, okay, ne? Snail dreht voll ab in diesem Spiel. Der ist total crazy drin. Oh, 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 oh. Was passiert jetzt? Keine Ahnung, wir sehen nix. Ich bin in deiner Nähe. Langrisch, ne? Langrisch, ne? Und das wird immer so grau. Hängt da ein Hase? Oh, irgendwas stimmt mit Hase. Hä? Der Wunderhase macht nicht mit. Den habe ich schon vorher gelessen. Ganz kurz, seht ihr, dass meine Taschenlampe blinkt? Nein, wir sehen gar nix von den... Oh, ah, das sind Hallos, okay. Dann, dann fliege ich sie hier. Aber ich sehe... Wow, Mary! Mary! Oh, nein, Blackout, ich sehe nix mehr. Oh, ja, Mann. Das ist wichtig, nach links gucken. Der Schwarze sieht nix mehr. Nicht so weit, ja, aber gut, passt auch. Oh, jetzt, jetzt sehe ich wieder. Ich kann wieder sehen. Oh, er sieht wieder. Wo ist der? Passt du, ich will mal ein Weihwasser schnüffeln. Das Weihwasser wird hier auch nicht... Wenn man vom Teufel spricht, ne? So, pass auf, jetzt müsste ich mal hier diese Kette von dem einen Schuppen erstmal lösen, ne? Ja. Ja, lösen sie mal. Kurze Frage, nach so ein paar Hallos mit Händen und so, wäre das noch schlimmer? Ja. Oh, ja. Das hättest du jetzt nicht sagen können. WAAA! Alter! Beantwortet das deine Frage? Ja. Hast du Basecam an? Nein. Schade. Noch nicht, nee. Das ist nicht. Du hättest nicht an. Nee, so nicht. Ich will seine Angst sehen, wenn ich dich durchhole. Das Schild sagt die andere Richtung. Da lang? Ja. Ja, da lang. Achso, ja, doch. Geräuschalang. Möge immer das Schild. Ja, ja, perfekt. Auf zum Lake. Ja, auf zum Lake. Ja, genau. Wer hat seine Position? Oh, da habe ich doch was Blinkeln gesehen. Oh, da hatte der Freaky Glück gehabt. Weggeportet werden musste. Nimm mal auf. Jetzt stehst du gleich neben ihm. Oh, oh. Blackout, blackout. Oh, ja. Ey, wenn jetzt was auf einmal vor mir ist, ne? Dann dreh ich ab. Die Mary-Ultz? Boah! Alter! Alter! Ich kann sowas voll ab, ne? Ich liebe Scarepranks. Ich liebe Scarepranks, ey. Das Ding ist, ich habe zwar geschreit, aber mein Puls ist wirklich ganz gechillt. Ich habe richtig einen Ruhepuls jetzt. Ich mag sowas voll gerne. Ja, ja. Der hängt bestimmt der ganze Schweiß, ganz zu triefen, nass, Hemd ist durchnässt. Nächste Aufnahme-Session, also nicht mehr die heute, sondern die nächste dann, da werde ich dann die Facecam anmachen. Ah, da. Ich mache es in der nächsten Folge, mache ich es an. Dann hoffe ich, dass ich länger laufe. Hier komme ich nicht rein. Ja, geh ruhig da rein. Hier gab es nur Batterien. Nichts anderes? Da liegt bestimmt auch irgendwo ein Schlüssel. Du musst ganz genau gucken. Oder irgendwas anderes. Guck genau. Recht, steigend, oder weiß der Teufel was. Guck sehr genau. Guck so genau hin, dass die Mary dann auf einmal vor dir steht. In a long time, Mary. Mary, Mary. Da, siehst du. Happy. Oh, du hast es. Oh, nein, Hände. Oh ja, die Hände. Oh ja, die Hände. Das ist aber nicht das, wovor du Angst haben wirst. Komm, hast du die Scheune zu? Warum? Lauf, 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 lauf. Nein, da vorne ist er und ich kann mich nicht bewegen. Und ich bin weg. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dir war bewusst, dass sie gerade hinter dir stand. Ja, das habe ich so mitbekommen, weil er so geschrien hat. Gut. Der kreischt ja immer wie ein Mädchen. Oh, die Hände halten mich fest. Wart auf. Ich lauf gegen unsichtbare Wände, Mann. Das nervt. Ich will es weiter. Die Hände halten dich halt fest. Aufhören. Okay. Ich höre. BAH! Habe ich schon mal überwesend, dass es überhaupt nicht cool ist, lange zu überleben? Ich will ja auch lange überleben, Mann. Ich sehe jetzt meine toten Freunde immer, die blitzen vor mir auf. Warum liegen die über Vogelkäfige? Da wird sie gegessen, die Füge und dann die weggeschmissen. Ich werde ja immer als erstes gekillt. Voll frech. Ich will auch. Ich will wissen, ob ich mich auch erschrecke. In der letzten Aufnahme ist das was, als letztes gekillt worden. Ja, aber nicht lange genug. Ich habe ja keine Jumpscares gehabt. Ja, ja, komm. Amo, ich selber aufziehen. Ist da was drin? Ist das was? Liegt da eine Mappe? Oh, 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 oh. Ah, hörst du was? Ja, hörst du was? Nee, nee, nee. Alter, ich schiebe gerade voll Filme. Also mein Charakter. Ah, ja, der Charakter ist klar. Da stelle ich mir doch die Frage, was macht der Watzmann in der Nacht? Der Watzmann singt und der Watzmann lacht. Oh, Händermann. High five und so. Ja, ist cool, aber lass mich doch mal ein bisschen gehen da vorne. Ich sehe was. Ja, siehst du was? Siehst du mich schon, ja? Lass mich los. Einmal loslassen, bitte. Einer sieht nicht gut aus. Lass mich los. Danke. Der Magic Key. Von deinem unsichtbaren Ferdinand. Errungenschaft, Sherlock. Oh, Sherlock. Freu dich noch so lange du kannst an deiner Errungenschaft? Hörst du nicht lange, Freude? Ja, okay, da lacht gerade eine Hexe irgendwo. Blackout. Jetzt wieder gleich wieder was du machst. Ja, jetzt, ich bin jetzt noch vorbereitet. Da kommt gleich eine Fresse. So, Blackout vorbei. Ah, wo ist er? Du musst ja langsam mal den Pastor sehen. Der schreckst dich gleich trotzdem. Ah, nee, da war sie. Okay, alles cool, alles cool. Ich war doch noch mal. Das ist doch langweilig. Nein, da liegt eine Beerefalle. Nein, doch deine Zuschauer was. Nicht durchlaufen. Kling. Kling. Ja, guck, wo ich durch die Beerefalle. Die verdammte Folge liegt schon 26 Minuten. Ja, und? Du rockst das jetzt. Das passt. Ich hoffe. Ich mache hier ab und zu noch ein paar Morsequots mit der Taschenlampe unfreiwillig. Ja, passt du das? Passt du das? Wie, jetzt das Ding ist immer noch zu? Jo. Ja, zwei Millionen Schlüssel und keiner passt. Kann doch nicht so. Hm, wieso nicht? Ey. Unglaublich. Hallo, Frisch. Ich wollte gerade sagen, ich höre irgendwas. Du hast auch immer so ein verdammtes Glück. Immer wenn ich sie kurz davor bin, sie es zu kriegen, teleportiert die weg. Was so ein unverdammtes Glück. Oh, ich schieb wieder Filme. Ja, schieb wieder. Oh, der Menschen. Oh, oh, guck mal da. Habt ihr das gesehen? Guck mal da hinten, das Snape. Siehst du es schon wieder? Schau wieder. Wieso hast du so verdammtes Glück? Wieso? Wieso? Wer liegt denn da? Dein Nickerchen. Hier war ich doch schon, oder? Ja. Oh, ich hab ja auch gar nichts. Hast du beide Häuser durchsucht? Ich glaube ja. Oh, guck mal da, Snape. Hallo. Kann ich mehr sprinten? Und sie hat den Fenster ja hinten. Oh. Oh, wo ist sie da? Okay. Schön. Äh, nee. Irgendjahrt? Ja. Diese Runde ging nicht gut für uns aus. Mal schauen, wie es in der nächsten Runde wird. Bis dahin, macht's gut. Tschau. Tschau. Tschüss.